Danke. So, und dann jetzt gleich wieder nach Pym und dann renten wir mal den Depp, wieder den Sheriff, was es auch immer darstellen soll. So, und gehen dann Spice and Steve. Lalalalalalalalalala. Ähm, ich speicher sicherheitshalber vorher. Und dann hinein. Alter. Iggy. Toll. Iggy macht aber gute Arbeit. Der ist tot. So. Was haben wir hier so schönes? Wo wir die Looten... Aktivieren Termine leicht. Ähm, erstmal Klammern suchen. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Da haben wir doch einer. Ähm, 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 nein. Da ist einer. Da ist die nächste. Ich glaube, da ist die nächste. Ich bin aber so schlecht in den Hecken mit den Wörtern. Ich will bestimmt eins verhauen. Looking. Null von sieben. Bastion. Null von sieben. Ähm. Keine Spreets. Eins von sieben. Dann kann's das nicht sein. Skribitz. Ing. Das hat Ing. Ing ist falsch. Das returns. Toll. Ähm, ne. Fangen wir doch mal kurz neu an. Oh, das war falsch. So. Career. Eins von sieben. So, jetzt machen wir mal klammern. Ach. Oh, ich habe gedacht, das wäre auch eine Klammer. Wo haben wir Klammern? Da ist noch eine Klammer. Da haben wir die nächste. 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 Klammern, Klammern, Klammern. So, Dancing hatten wir im Warlike. Dancing. Irgendes falsch. Mit dem S vielleicht hinten. Oh. Verkackt. Tut mir leid. Verdammt. Hab ich's verkackt? Was war das? Dödem, dödem. Hm. Das ärgert mich jetzt schon gerade, dass ich das so verkackt habe. Aber vielleicht kriegen wir dann auch später den Schlüssel für die Tür. Ich sag ja. Jetzt hab ich dich. Äh. Ich brauchte nichts machen, eh die hat's gemacht. Ähm. Dim, dim. Nehmen wir mal mit. Können wir verkaufen. Wie viel Gewicht haben wir? Das passt noch genügend rein. Gegenstände reparieren. So. Bücher, Bücher, Bücher. Huh. Die haben Geschichten eines Dörfleischverkäufers aus Junktown. Bodensafe schwer. Das ist ein Bodensafe. Es fällt mir jetzt gerade auf, dass da ein Bodensafe ist. Hey, du. Oh Gott, war das schlecht. Edi, danke. Oh, hab ich das Terminal halt zerstört. Nur, dass es ärgert mich, dass sowas in Let's Play passiert, eh. Frische Karotte. Hm. Hopp. Ähm. Da ist der, der Beauty. Ich seh nur zwei, aber ich hab drei Punkte. Oh, das war Fail. Nein, nicht Edi. Den da. So. Wiedersehen. Ich hätte gerne den da hinten erwischt. Oh. Edi hat's schon erledigt. Brave, Edi. So, bevor wir den Typen aber befreien dann. Meins, 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 meins. Warum ich mir Altmetall mit? Wir sind nicht im Vorder 3. Was hat du dabei? Meins, meins. Oh, ein Stimpack. Hier waren drei. Punkt, ob ich mich recht erinnere. Aber wir gehen vorerst mal hoch, bevor wir den Typen befreien. Weil oben auch noch ein paar Gegner sind. Das kann ich ja verraten. Mentats. Die kann ich mitnehmen, die kann ich verkaufen. Mein Leben sieht einigermaßen gut aus. Da gehen wir mal in Etage höher. Er hat nicht getroffen. Edi macht das schon für uns. Das haben die anderen nicht gehört, die hier rumlaufen. Gut. Gut, drei können wir verkaufen. Mehr nehmen wir nicht mit. Jetzt habe ich ein Problem nachher. Hey. Na du. Nehmt mein Deck gerade weg. Ja. Im Gefecht glooten. So macht das Spaß. Warum ich die Hülsen mitnehme? Keine Ahnung. Das ist so eine Angewohnheit, die sich leider eingebürgert hat. Ähm. Na schön. Meinen meint hinter mir stehen zu müssen. Komm her. Danke. Und meins. Ah, da ist ja noch einer. Meins. Ein wenig hochgeglitscht. Ja. Vorkriegsgeld. Brauche ich nicht. Sucht jemand Streit. Na los. Ähm. Garola. Äh. Edi macht das schon. Edi ist ja so nett. Was haben wir hier? Rüstungskoffer. Lederrüstung verstärkt. Was ist denn so ein Plasmagewehr? Oh. Ich bin überladen. Alter. Sogar zwei Millimeter. Äh. Zwei volle. Fast volle. Mh. Soll wir auf Kleidung jetzt gehen. Dann haben wir hier das miteinander. Mhm. Ich würde eher die tragen, aber die ist so schwer. Oh, wir haben Level Up. Level erhöht. Stufenanstieg. 14 Punkte. Ähm. Medizin auf 40. Wissenschaft auf 40. Dietrich auf 40. Schusswaffen auf 40. Sprache auf 39. Ja. Und. Wartet. Lass mich gerade mal überlegen, was waren. Ja. Das ist richtig. So. Verständnis. Mit dem extra Verständnis erhalten Sie. Doppelte Bonus durch Magazin. Magazin. Äh. Zusätzliche Punkte durch Fertigkeitsbügel. Tja. Gebildet. Mit dem gebildet extra halten Sie bei jedem Stufeanstieg drei zusätzliche Fertigkeitspunkte. Diese extra sollten am besten frühmöglich verwenden. Her damit. Drei zusätzliche Punkte. Immer her damit. Looten wir noch hier oben alles. Da mal leer. Vorkrieg, Vorkriegs, Vorkriegssachen. Und Dach. Räumungsverkauf. Boxhandschuhe. Wenn er braucht. Uh. Ich empfehle euch nie F zu drücken. Verdammt. Vor allem sehr leicht. Weil F macht. Versucht das automatisch aufzubrechen. Und da stehen immer die Chancen sehr schlecht. Drogen. Drogen. Kann man verkaufen. Kann man verkaufen. Drogenzimmer. Eine Leiche die badet. Was haben wir hier? Da waren wir schon. Ich verlaufe mich gerne mal hier drin. Das sind Leichen. Den habe ich schon. Den habe ich noch nicht. So. Geht es hier runter? Ja hier geht es runter. Nur an den Fahrstuhl nicht nehmen. Schade. Okay was ist hier drin? Oh eine Arzttasche. Und Medizin. Das darf ich unten nicht vergessen. Unten ist auch noch ein Medizinschrank. Ne. Nichts weiter. Pilotomatflacker nicht. Bevor wir den gleich retten. Meins. Deputy Beagle. Sind Sie zufällig gekommen um mich zu erretten? Ich würde mir dafür die Daumen drücken. Aber meine Hände sind ganz taub. Sie müssen Deputy Beagle sein. Oh ja. Sehr vergnügt Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin hier in einer misslungenen Lage. Wäre Ihnen höchst verbindlich. Wenn Sie mich frei machen könnten. Sie haben Informationen über Karni. Die mit einem Kerl in einem karierten Anzug unterwegs waren. In der Tat werte Herr. Und ich würde nur zu gerne meine Informationen mit Ihnen teilen. Sobald man mich enthaftet. Sprache. Oh Gott. Eins fehlt uns. Bleiben Sie erstmal an Ordnung. Keine Eile wegen meiner Wenigkeit. Ich fühle meine Hände und Beine schon seit Stunden nicht mehr. Haben wir zufälligerweise. Was macht das? Falsche um drei erhöht. Ähm. Wissensschlafbus 10. Schade. Ich hätte Sprache hoch machen müssen. Mist.